EM 2024, Ilkay Gündogan ist schwer verletzt. Die UEFA hat eine Strafe gegen Ryan Portus verhängt. Rüdes Foul mit Folgen, UEFA sperrt Portus für zwei Spiele. Nach seinem Rüden-Foulspiel an Ilkay Gündogan hatte Ryan Portus im Ganzen begründet selbige rote Speisenkarte gesehen. Nun gab selbige UEFA dasjenige Strafmaß für den Innenverteidiger bekannt, der erst in einer möglichen K-O-Phase zum wiederholten Mal ineinander greifen dürfte. Minute des Eröffnungsspiels, wie sich Ryan Portus einen folgenschweren Ausrutschen erlaubte. Es lief selbige 42. Nach einer starken Ballabwehr von Torhüter Angusgun tauchte DFB-Kapitän Ilkay Gündogan an dem 5-Meter-Raum auf und zog bereits zu einem Schuss auf. Schottlands Innenverteidiger sah sich einer aussichtslosen Stand der Dinge gegenüber und warf alles in selbige Walkschale. Aufgrund dessen dasjenige drohende dritte Treffer der DFB-Elf zu verhindern, traf aber hauptsächlich Gündwans Schienbein- und Knöchelbereich mit der offenen Laufsohle statt des Balles. Zunächst schien Portus straffrei davon zu kommen, doch hinter Intervention seines Videoassistenten änderte Schiedsrichter Clement Törpen der Didas ihm gehörende Meinung, zeigte auf den Elfmeterpunkt und stellte Portus für Der Didas ihm gehörende rohes Hazardspiel mit der roten Speisenkarte von dem Platz. Wenig zu einem späteren Zeitpunkt stellte Eindämmung Havertz auf 3 zu 0, selbige Partie war spätestens jetzt zu Ungunsten der dezimierten Schotten entschieden. Portus muss aufs Runde der letzten 16 hoffen die UEFA hat dasjenige Vergehen des 25 Jahre alten Verteidiger des FC Watford, Experte Partner Wien eine Bitte um Verzeihung zusammen mit Gündwen forderte, unterdies mit einer Zwei-Spieler-Absperrung belegt. Portus wäre infolgedessen erst Atomar-Runde der letzten 16 zum wiederholten Mal spielberechtigt. Dessen Erreichen erscheint angesichts der gegen selbige DFB-11 gezeigten Verdienste äußerst utopisch. Aufgrund der katastrophalen Torfdifferenz bedürfen selbige Schotten nebst einer klaren Leistungssteigerung zwar sogar vier Punkte aus den beiden verbleibenden Spielen gegen selbige Schweiz, Mittwoch, 21 Uhr, und Ungarn. Portus wird in jedem Sturz nicht hierbei beitragen können, und muss auf der die das ihm gehörende Mitspieler hoffen, soll selbige EM-Erlebnis für ihn nicht ein schnelles als unrühmliches Einstellung finden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017